Hallo, du hattest dich willkommen. Ja, DatiMillion hat die Begrüßung geklaut. Hast du es schon aufgenommen? Ja, ich hatte gerade auf Aufnahme gedrückt, dann fing es an zu labern. Ja, ihr habt es gehört. Herzlich willkommen. Einer drinne. Beide drinne. Nups. Ja. Ja, moin Leute, was geht? Ich bin auch wieder dabei. Schön, dass du mich angekündigt hast. Ja, die wissen doch schon, wer du bist. Ich meine, du bist in jeder Folge dabei. Ja. Leider. Leute, ich versuche gerade übrigens hier den Homo hier zu überreden. Ein kleines Antragsprojekt aufzunehmen. Das kommt wahrscheinlich auch bald sogar an. Das stimmt. Wenn du dir das morgen kaufst, dann müsste das funktionieren. Einer drinne. Mensch, der CZ. Mensch, der CZ. Arm has been planted. Da war doch easy, würde ich sagen. Ein bisschen ja. Ein kleiner Bisser, ey. Hast meine Nase zwischen den Arsch packen, ey. Ja, hab ich. Ein Geschenk für dich. Ja, hast nice. Hahaha. Let's go. Ich kauf jede Runde einen Taser, ey. Ja, meine Maus, meine Maus ist kaputt. Linke Maustast ist kaputt. Kann ich nur gerade sagen. Als ich mal den Bug hatte, von wegen, dass ich immer wieder einen Taser gekauft habe. Der Typ hat instant einen Heller bekommen. Ja. Außen. Außen. Ich krieg die ganze Zeit auf. War der Außen. 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 Fenster. Hey, funktioniert nicht. Technisch funktioniert nicht. Technisch funktioniert nicht. Wie kommst du denn mit hier rein? Ja, ich hab doch gesagt, ich geh außen. Mann, ey. Ja. Bin ja für Scheiße, ey. Ich hasse das. Hahaha. Gleich kommt wieder so voll viel Zensur, wie ne Einfolge. Hahaha. Ja, Mann. Da hab ich alles rausgepiepst. Hahaha. Er hat die ganze Zeit geschrien, ich liebe Einhörner. Egal. Mann, jetzt krieg ich schon wieder so ne Granate ab, ey. Alter, hab ich verkackt. Äh, außen. Juh. Der Ding hat ne leere Wasser. Hahaha. 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 Weinst du gerade? Hahaha. Ja. Jucki, ich stand vor ihm erstmal. Glück, Glück, Glück. Hahaha. Voll geil. Hahaha. Go, go, go. Mann. Ich hab grad, äh, dein Move gemacht. Er steht mit dem Rücken zu mir und ich verfehle erstmal. Ja. Oh, das tat gut, ey. Das tat gut, ey. Ah. Hahaha. Hahaha. Das ist ein viel zu schlechtes Aim für. Haha. Der Typ mit 2, 4. Ja, pass mal auf, Alter. Ja, hör auf. Kriegst du wieder, ey. Dich katapultiere ich jetzt nach unten. Weil für so ne freche Aussage. Und dann bin ich da auf. Und hier. Hier. Oh, du wirst einfach mal auf. Oh, du wirst wirst. in der smoke so dass er dich zieht aber ich sehe seinen arsch so cool hast du noch ein gegner wie so ein bot gehabt der kassiert die ganze zeit so ein headshot der erste schuss ist immer ein headshot die gescheiß der zweimal der sniper gab da mal avp amass dort immer click body klick body ja 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 ich habe auch wieder in den kill ist nicht schön ich will ich mal sagen weil dann kann ich dich nicht nach unten katapultieren ich habe jetzt schon ein fernglas neben mir stehen damit ich im scoreboard nachher sehen kann ganz unten aber irgendwie bräuchte ich das gleich für und man ich bin doch zu kacke alter rechts außen egal bombenpunkte reichen ja auch ja von ihm aus muss man doch leben hast du granaten und ich muss richtig kämpfen ich habe ein gegner jetzt kann ich es reißen jetzt kann ich es reißen die bombe ist ja da hinten ja ich habe gerade gedacht du verkackst das alter dachte ich aber auch die punkte gibt mir punkte gibt mir punkte gibt mir punkte blätter die bombe ja auch wenn ich unverdient letzter bin aber ich hätte gute was er kriegt mich wirklich so niemals niemals der 60 ap hoffentlich stirbt er ich habe geschrieben dass er draußen sitzt ja aber mein englisch ist so schlecht weil der der wahl an hocke die ganze zeit der hat mich nämlich ersitzen getötet wollte info geben ich bin blind ich bin blind ohne flash ich war ich hatte das flash ich wurde geflasht ach gib mir deine diegel ich frage ich brauche eine secondary doch habe ich helfer gelegt reflexe wieso ein mann ich bin doch so kacke der steht auch still wurde ich bin so lost alter ich glaube drei mal ich habe drei mal verschossen auf den typen der stand still das ist nicht mein ernst das ist nicht mein ernst oh mann ey das ist nicht mein ernst dass du so lange überlebst das ist nicht meinst du oh mann das iste jetzt jetzt geht's jetzt geht's jetzt geht's jetzt geht's Bombe! Zeit! Ich hab extra nichts gesagt, weil ich gleich nur schreien wollte. Ich bin auch nach der Zeit gestorben. Wir haben nur 500$. Ich hab jetzt ne Arbeit. Egal, das Tid reicht. Ey, das ist richtig. Ich mach ein Best-Dorf, Alter. Du musst aber helfen dabei. Ach, ich hab die Bombe. Man, wegen der bin ich gestorben, Alter, zwei Leute da. Ach, der da los kriegst du natürlich, ne? Andere war linksseite. Mir schlecht verlachen. Das war niemals ein Headshot, ey. Vielen Dank für's Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann! Ciao, ciao!